viele vergessen dass man abonniert vor allem das gefällt was man bereits sieht nicht um genau so gut wenn man das machen würde und jeder der dann ein abo macht oder ein abo da lässt und dann zum beispiel sagt ja für ein abo kauf ich mir zum beispiel ein tag skyrim du spielst ein tag für ein abo nein glaube nicht das einzige das einzige wofür man sich das dann vielleicht eventuell kauf aber selbst dass wir eher kontraproduktiv für 20 vielleicht für eine gewisse anzahl an abos wird vielleicht irgendwann eine verlosung geben das ja das würde ich dann schon machen irgendwann aber jetzt noch nicht irgendwann ist ja auch alles gott sei dank freiwillig wäre schlimm wenn man gezogen wird wäre um zu schauen dass man die leute abonnieren muss was du kennst die leute nicht muss sie trotzdem abonnieren das wäre schlimm da hätte ich mir dann glaube ich drei überlegt ob ich das machen möchte wie gesagt das einzige was ich dann später vielleicht mal mache oder vielleicht zu bestimmten tagen oder so vielleicht mal wirklich verlosung das würde ich auf jedenfalls machen meinst only fans ja genau und die fans weiß ich wenn sowas halte ich nicht so ich trinke dieses glas auf jeden fall leer und dann ja aber möglich möglich ist ja leider immer was wir hier am anfang wo ich angefangen habe zu streamen richtig genervt hat waren diese fake follower oder quasi leute generiert wurden die ja gar nicht existieren und dann einfach so zufällig zufällig so a ok die haben wenig leute da vor euch einfach rein bin nach paar tagen oder nach paar stunden wieder weg so dass dann natürlich die einzelne wieder nicht stimmt und das sind alles hoch runter reguliert wurde möchte mir dann auch da einfach sagte so alle leute was soll das warum macht man sowas warum generiert man über gewisse programme fake follower was bringt das den leuten außer dass du anderen leuten spaß nehmen beides beides weil bei mir war es halt anfangs so ich habe immer also es war für mich irgendwann leicht erkennt weil es war halt immer so die selbe namensidentität und die haben streams gemacht tatsächlich also im stream wurde dann halt gezeigt wie sie quasi follower erstellen ich weiß ich kann das schlecht erklären weil ich mich mit der materie nicht auskennen wie immer sind so ein programm follower stellen und die sich dann halt also wirklich fake follower die dann kurz da waren auf also auch ganz normal im stream aufgeleuchtet sind und die nicht eigentlich nicht existent waren sie wurden nicht als aufrufer gezählt sie wurden ja eigentlich eigentlich ja bots ja so und das war bei mir einfach so das problem da hatte ich so viele von so und ich war eigentlich schon noch damit beschäftigt das alles bei tisch zu melden und irgendwann wurden die ja gott sei dank von selbst raus gelöscht ich habe das jetzt gott sei dank seit ich glaube zwei monaten nicht mehr gott sei dank weil es war echt nervig ganz am anfang das hat mir doch so ein bisschen die stimmung kaputt gemacht anfangs und vor allem ich war ja schon verunsichert ich war richtig verunsichert weil ich so dachte scheiße okay was ist das jetzt hat sich jemand in meiner account gackt oder was auch immer und ich dachte so kacke was mache ich denn dagegen habe das dann halt mal nachgeguckt und bin dann halt auch auf die seite von den leuten gegangen und habe dann halt gesehen wie sie im stream halt wirklich diese leute erstellt haben also nicht ganz normal twitch account erstellen sondern wirklich über ein programm und das dann die ganze zeit wo ich mir dann auch gedacht habe also wie dumm seid ihr ihr macht damit auch anderen leuten das leben schwer so die selber hatten dann aber trotzdem auch so 100 follower und mir gedacht alter wer folgt diesen leuten warum haben diese fake follower nicht dazu geführt dass du fies wurden nee also fake follower die zählen ich als zuschauer bei mir war es halt so es ist es kommt darauf an über den durchschnitt du brauchst halt um erfüllen jetzt zu werden brauchst du 50 follower die waren an sich relativ leicht um es eine gewisse zeit an stunden haben gewisse anzeige tagen gestreamt haben und du brauchst einen durchschnitt von drei bei mir lag es halt die ganze zeit am durchschnitt von drei weil nie mehr als drei wenig oder immer weniger als drei leute bei mir im stream fahren und diese fake follower oder diese bots die zählen nie nie als zuschauer weil sie nicht existieren quasi sie sind tot sie sind nicht da sie werden dazu gezählt werden danach aber wieder weggezählt irgendwann und sie schauen ja wie dufte sagt sie schauen nicht es geht um die zeit die die leute schauen deswegen habe ich zum beispiel bei mir auch die info angepackt wenn ihr im lurk seid dass ihr dann zum beispiel bei twitch ist halt so macht dass wenn der stream stumm geschaltet ist also unten das in diesem ganzen fenster hier stumm geschaltet ist dass das nicht zählt weil man ja quasi nicht guckt das heißt man muss ja den tab stumm schalten und der stream an haben quasi laut haben dann zählt es was auch total aus schwarz sind finde ich aber das geht ja immer noch aber die fake follow die gucken halt nicht die sind einfach nur sie werden einfach nur zu follower zeit dazu gezählt werden irgendwann wieder weg gezählt sobald sie gelöscht werden sobald gesehen wird okay die sind scheiße sind ich da wird es wieder gelöscht und dann hast du dann halt kommt einfach nicht auf deine zahl und das war bei mir anfangs so oft das problem dass ich nicht auf diese zahl kam mit dann gedacht hat okay ja scheiße klappt nicht und irgendwann habe ich dann gesagt ach scheiße was scheiß drauf ich habe dann einfach gar nicht mehr darauf reagiert ja das ist bei viele der auslust einfach per accounts gemacht und sich selber pushen ja und das ist so nervig ist uns richtig richtig nervig deswegen habe ich mich vor zwei wochen er doch vor zwei wochen war es ja so mega gefreut als dann wirklich mal wirklich viele leute da waren und ich nur gedacht habe das so macht das spaß und nicht wenn dann plötzlich eine anzahl kommt so ja der und der hat gefordert und du aber schon am namen siehst ja super ist wieder so ein ding deswegen habe ich manchmal auch namen nicht vorgelesen weil es dann genau diese ja bot zeit waren und du dachtest dir halt auch nur so alter lasst gut sein wir wurden unten in der statistik bei ob es zum beispiel auch gar nicht angezahlt da wurde das wurde gar nicht mehr geändert irgendwann ja ich habe wie gesagt ich habe irgendwann einfach nicht mehr auf die zahlen geachtet ich habe die statistik ausgemacht bei mir ich habe dann halt nur noch gesehen wie lange ich streame und ob clips gemacht wurden alles andere hatte ich ausgeschaltet so mittlerweile habe ich wieder an aber ich habe halt mir selber auch beigebracht dass ich einfach nicht darauf achte ich gucke einfach nicht mehr drauf weil es mir mittlerweile egal geworden ist mich freut es wenn ihr da seid wenn ich spaß sagen kann wenn ihr spaß habt so und das ist die hauptsache und nicht irgendwelche zahlen oder geld oder scheiß egal und diese einstellung muss man aber erst mal haben genauso wie bei backseat gaming denn die leute die ganze zeit backseat gaming machen und das ist auch nervig das war anfangs auch so wo ich dann auch gedacht hat alter leute lasst mich doch einfach mal das bitte einfach mal machen kriegt das schon hin wenn ich hilfe brauche rufe ich dann schrei ich dann seid ihr ja direkt da und mittlerweile super klima hier läuft super macht spaß ihr habt spaß ich habe spaß wir haben alles spaß das ist bei vielen kleinen streamen das problem warum die auch keine follower bekommen wir schauen auf die zahl und denken ja ist wie kanada und perform nicht genau und bei mir gut vielleicht lag es auch daran dass ich ja vorher schon youtube gemacht habe gut und da war es noch ein bisschen schwieriger schwieriger ich habe mir halt angewöhnt nie auf die zahlen achten ganz am anfang hatte ich auch mal problem so scheiße sind ja keine leute da oh gott oh gott was mache ich was mache ich hier eigentlich ist das überhaupt gut was ich hier mache so mittlerweile wenn ich ein stream anschmeiße ich bin auch nicht mehr nervös gar nichts ich setze mich hin mache mein ding hat man spaß wenn keiner da ist ist keiner da dann sage ich gut okay ist halt so und wenn einer da ist umso besser ist doch gut man nur oder 20 zuschauer der content sollte gleich sein ja sehe ich genauso und das ist mir halt auch immer wichtig gewesen auch als ich halt angefangen habe damit hauptsache man hat spaß an der sache hauptsache man es ist auch dieses man darf sich auch nicht verstellen es gibt ja so viele leute die dann so tun als wären sie jemand anderes weil ist ja internet und man muss ja performen nein also ja man muss das man muss zumindest bis ein bisschen freude ausstrahlen und nicht so ja jetzt mach ich mal das 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 sollte man jetzt nicht unbedingt tun aber man sollte zumindest so sein wie man ist weil ich verstehe mich ja auch nicht ich bin im stream genauso wie ich auch in echt bin ich rede genauso viel ich habe genau so ein zockenschuss im echt also aber dass diese einstellung erstmal zu haben das ist auch schwierig das ist echt schwierig ich hoffe es stört jetzt gerade keiner sich hier nicht mehr vorlese ich habe keinen bock mehr zu lesen gerade ich bin gerade relativ müde schon stürmen muss sich nicht selbst sein das beispiel ist das stimmt immer in seiner rolle gute das heißt ja unterschiedlich aber ich kenne halt auch leute die dann halt auf einer fuhr tun aber wo du merkst dass es falsch ist wo es dann halt wirklich so oder denkt nein einfach aber nein also bei manchen es gibt streamer die dann auch wirklich nur wenn sie ihre rolle spielen das echt gut machen wo es auch spaß macht ist dann aber halt ja bei mir was halt wichtig dass ich mich nicht verstelle weil ich glaube ich wenn ich dann irgendwann mal aus der rolle fallen sollte ein problem hätte glaube ich in diese rolle wieder reinzukommen deswegen wollte ich so echt die möglichheit sein weil ich verstehe mich auch nicht gerne man sieht es mir auch an man sieht mir auch an wenn ich lüge das ist das geilste daran fröhnt zu weit sofort wenn ich flunker ich weiß nicht wo ich hin muss das ist das große problem dein film macht was was du meinst deine eigene persönlichkeit faken und das als echt verkaufen genau das das meine ich halt mit echt sein also klar wenn man wenn man zum beispiel in klassen clown spielt oder keine ahnung oder es gibt halt auch leute die dann halt wie ich halt mit katzenohren zum beispiel die das halt wirklich auch mit cosplay und so weiter machen und dann halt wirklich ihre show abziehen das ist cool das ist echt geil aber eine falsche persönlichkeit also sich wirklich komplett verstellen weiß ich das damit kann kann ich nicht klar aber solche solche leute gucke ich da noch nicht da sage ich dann okay dem es gefällt okay lass ich ihm sein wenn quasi aber mir selber gefällt dann halt der konnte nicht da sind sie auch die meinung meinung komplett verschieden und das soll auch so sein das soll auch so sein mir war es wie gesagt immer nur wichtig dass ich halt so bin wie ich bin und dass ich aufhöre mich zu verstehen das habe ich in schulzeiten so oft getan habe so oft getan und wollte jemand sein der ich nicht bin habe ich in der schule immer wieder gemacht und das war der größte fehler den ich gemacht habe jemand sein zu wollen der ich nicht bin das hat mir nur ärger bereitet deswegen lieber das so machen es gibt doch unterschied zwischen professionalität und sich verstehen ja definitiv da gebe ich davon ganz recht mir muss jemand sympathisch denn bei der streamerin von vorhin klinke ich mich immer öfters früher aus wird immer zähl gegangen anfang war sie so schön natürlich ja wie gesagt bei manchen merkst du dann halt auch wirklich nach einer gewissen zeit wie sie dann halt eigentlich wirklich ticken ich habe es gott sei dank bei wenigen bisher gemerkt aber es gibt dann halt so manche wo ich mir denke ja nicht ganz so meinen content wie gesagt ich hoffe es stört gar kein dass ich nicht mehr vorlese ich finde gerade ich den teil der story relativ langweilig ich möchte nichts über irgendwelchen wein oder essensgegenstände gerade finden ich hoffe zum befehlen videos aus juni aus prinzip aber das hat nichts mit verstehen zu tun sondern auf professionalität im büro braucht man ja auch nicht am arbeitsplatz genau sich genauso ja gut bei mir bei mir gut alkohol gehört ja eigentlich auch nicht am arbeitsplatz aber ich besauf mich zum beispiel nicht es gibt ja sogar streamer die machen sauf streams und mir dann denke ich möchte niemals ein video sehen im internet wo ich besoffen bin würde ich niemals online stellen würde ich auch nie machen so trinken okay so wie gesagt mal zwei drei gläser wein ist alles in ordnung aber besaufen weil dann halt so so shots trinken und in der wage gehört das schon ja das jahr das jahr aber ich glaube stream na gut wer weiß ist nicht so möglich gottes willen ich mag die menschen ihre launen und machen auch nur bis zu einem punkt ich erlebe oft wie leute immer mehr nur noch meckern warum soll ich mir das antun ich muss nicht nur am lachen sein ernst tief grün ich traue ich auch mal scheiße lauert alles okay ständig genug und immer also wie mäßig das ist nicht mein ding ne finde ich ja auch also bei mir hat man ja auch manchmal so mal bin ich so richtig dann auf der einen seite wieder lustig zum beispiel wenn ich mit kaya zum beispiel ne zocke wir mobben uns quasi gegenseitig mögen uns aber halt wir sind im privaten quasi man kann eigentlich schon sagen fast beste freunde ja genauso wie frisches und ich wo man manchmal denkt okay jetzt ratzelt es aber wo ich dann denke ja ist zum beispiel teilweise auch show weil wir machen das auch privat wenn zum beispiel freunde bei uns zu hause sind oder so wir ziehen das gleiche dicken habe das ist wie so eine eigene kleine show die wir immer so machen so ne kleine schlag auf top das ist cool das ist so sind wir so wo dann andere wieder sagen okay das hätte ich jetzt aber nicht gesagt wie unsere familie wo wir sagen wir haben uns so kennengelernt wir machen das schon seit anfang an so wollen wenn ich sage oder ihn halt auch mal beleidigen oder so ist nie böse gemeint ist nie ernst gemeint das ist dann immer mit humor verbunden immer mit spaß nur so viel dass er noch seinen job machen kann professionalität ist ja mein schlag vor der a na gut es gibt auch barkeeper die sich erst mal voll laufen lassen die eigentlich ihr bester kunde selber sind ich kenne da sogar jemand ja nee das lässt mich mit spiel vorschlagen dieser moment wenn steam wieder einem spiele vorschlagen will bloß nicht zu viel negativität macht keinen spaß näher das wäre so als wenn ich jetzt die ganze zeit hier sagen würde boah nee ich hab keinen bock mehr und ach scheiße nee da hat man doch auch keinen bock wenn ich auch zu genervt von einem spiel zum beispiel bin würde ich auch ausmachen bevor ich dann halt andere mit runter ziehe mit meiner laune mache ich dann lieber aus für ein spiel was anderes wo ich mehr bock habe ich sage nur crash bandicoot bei crash bandicoot habe ich ja zum beispiel auch dann irgendwann ausgemacht weil ich dann selber gemerkt habe ich würde heute nichts aber auch keinen bock drauf lassen war da habe ich dann halt manchmal auch nur eine stunde gespielt gibt doch groß was ich mich immer an der kleinigkeit trinken das in die geschmutz zum beispiel können sie auch meine glückerchen würde ja auch aber wie gesagt ich würde mich halt nie versaufen im stream da sage ich zu mir auch selber so auch so eine gewisse vorbildfunktion ich habe zur größte zeit immer auf also inhalt für erwachsene weil ich halt keine probleme haben möchte auch halt wenn ich mal fluche oder sowas ich trinke gerne mal auch öfter mal ich kann aber auch halt zum beispiel wochen gar nicht trinken genauso wie ich halt privat ich habe meine zeit wo ich ganz oft rauchen und dann kann ich monatelang vielleicht auch jahrelang gar nicht mehr rauchen wie jetzt zum beispiel die letzte zigarette von mir ist halbes jahr her glaube ich mindestens so weil wenn ich mich jetzt komplett abschließend würde oh gott das wäre mir so und damit wäre euch nicht damit wären wir nicht gefühlt ich meine ich gehe auch nicht ins büro mit so nach standart auch da mag es leute geben wie das machen damit durchkommen ich frage mich dann nur immer wie kommen sie damit durch oder heimlich so unter dem unter büros tisch einmal zu zippeln gibt es auch aber die haben dann auch wirklich ein exzessives alkoholproblem wenn sie heimlich zippeln ich habe ja vorhin sogar im chat gefragt so ja antialkoholisch oder alkohol ansonsten hätte ich wahrscheinlich noch nicht mal wein getrunken ich hätte den ja einfach nur hier mit runtergebracht einfach um mal sagen zu können ich habe wein im weinkinder oder beziehungsweise im kleinen nebenraum äh rede ich meine warum spielen sie ein spiel über das in amerika und warum streamen sie das ja deswegen würde ich ich glaube ja ich weiß nicht ob ich verschwenden gut noch mal spielen würde weiß es nicht genau das stimmt irgendwann aber ich würde es glaube ich erst mal privat spielen zum beispiel bei mir aber ich habe auch so das eine oder andere spiel was ich privat zwar spiele aber nicht im stream spielen würde ich glaube ähnlich fällt es sich bei mir mit der dark souls 3 ich glaube ich würde es nicht spielen da hättet ihr keinen spaß drin und ich glaube ich auch nicht privat ja aber da kann ich dann halt auch meine laune so geben wie sie ist wenn ich scheiße drauf bin dann bin ich scheiße drauf und schmeiß mein controller weg mache ich im stream nicht ich lege mich mal auf aber ich lege mich nicht so auf dass es stört da geht es mal so muss ich dauerhaft hallo fantasy link schön dass du rein schaust äh ja vielleicht würdest du noch mal spielen aber mit dem richtigen hardcore ohne prozent doch dark souls nein dark souls wirklich nicht dark souls ist so ein großes spiel ich glaube dark souls würde ich niemals spielen nicht im stream das let's play vielleicht da kann ich rausschneiden aber nicht im stream wo muss ich hin wo muss ich da hoch das ganze das ich jetzt übe Gott wie lange soll ich denn für dark souls üben ich glaube dann bin ich in drei oder vier jahren noch nicht fertig mit dark souls oh Gott wie viele controller würden leiden die armen controller wie geld habe ich nicht ich glaube dann da richtig im garten einfach so einen kompletten controller friedhof hier ruhen die die unzähligen leichen der controller die bei dark souls gestorben sind rip oh scheiße ne ne wirklich nicht wirklich nicht dafür habe ich meine controller zu gern die controller mit das so tue sonst macht es doch keinen spaß ne ne sagst du als würde ich würde ich mit controller spielen wobei selbst meine tastatur möchte nicht auf dem gewissen haben was willst du von mir lass mich in ruhe ja achso ich wollte ja nicht mehr verließen äh wein ich habe kein wein bestellt oh ein geschenk ach jetzt geht immer noch um dieses scheiß wein ey das ist kommt mal was anderes es geht immer noch um diesen kack wein lasst mich mit euren weinen rüber bin ich ich will doch nur spielen tu doch nicht ganz warm ähm ah ok ich bin du immer noch kein max mit ja ich war es wird zeitlich damit beschäftigt äh von dem ein oder anderen zuschauer hier im stream äh die pet hier anzug und über meine augen und ich spiel auch nicht na ok nicht täglich aber nicht so öfter aber nicht so oft ich habe auch gerade was vergessen fährt man eigentlich schon den ganzen tag habe ich was vergessen und zwar ach du grüne nonna essen mach dir kein kopf ist ja kein rennen doch was so fliegende reittier ok nein ich weiß es ist kein rennen ich genieße ja auch ich guck mir ja auch sehr oft hier so die gegend an und bewundere diese riesigen blätter das ja ja dufte ja ähm levelpartner nicht immer da sind ja ja ausreden hier ausreden ich habe keine levelpartner ich habe taxis äh taxen taxen ist die mehrzahl von taxis ich habe einmal die luna und einmal die luna die meine taxifahrer quasi sind die immer mal wieder auftauchen wobei luna ist ja eigentlich in jedem stream dabei Gott sei dank meine cat sister hab ich das gerade echt gesagt scheiße nicht ich habe das doppelte erfahrungspunkt bis level 70 auf meinem server werde sich ausnutzen wenn meine levepartner nicht passen ja das ist ärgerlich das ist ärgerlich das ist ärgerlich na 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 nein oh das wird vermutet kann man ja ja kann man also zumindest meine ich dass man kann ich kann es ganz sehr gut ja ich hab mein spaß in dem ich hier platze gerade glaube ich gleich in den nächsten gegner rein ah nee ich bin mittlerweile echt cool das ist das egal welches level man ist ja stimmt ich muss wieder ww spielen ja vorhin gestern nee vorgestern war ich nur ganz kurz drin ja da kenne ich die meisten auf schieber ich kenne auch schönes da warst und hier noch eine gute nacht spaß werden wir auf jeden fall noch haben die letzten nützchen bis mein gläser leer ist ich kann ja nicht den letzten schluck oder vergrünen ja alles geld was man da trinkt quasi ich hasse es wenn feldbereiche vor allem auftauchen aber die musik war felds natur lasst mich lasst mich lasst mich lasst mich lasst mich lasst mich wenn jemand der mich nicht kennt automatisch fand dann lernt es weg da eh da ist sie wieder meine kriegsverletzung oh daddl es tut mir doch leid kannst du mir nochmal verzeihen daddl ich hasse dich ich hasse dich ich hasse dich ich hasse dich war das die rache echt na klar ja toll danke sehr nett ich sterbe irgendwann noch an herzversagen ich sterbe irgendwann noch an herzversagen und daddl ist schuld wie soll ich da runter kommen ah ok selbenwein ey das ist wieder rüber und wenn ich nicht ertrinken meine fette ganze lebt auch noch und wo ist das letzte was da hinten wundern kannst du dich nicht verstecken ich bin dich überall ich weiß wo du wohnst ich lasse die karte jetzt aber komplett offen auf wundern 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 Untertitelung des ZDF, 2020